so meine damen und herren dann würde ich mir sagen willkommen zurück zu einem neuen video und ich glaube ihr seht das hier schon im tab, es sind alle admin auf Gunger und zwar alle, also wir gehen jetzt hier mal einfach eine runde rein und zack außer er ist grün und zwar liegt das einfach daran dass der erste april ist und da wünsche ich euch natürlich auch allen einen schönen ersten april also immer noch bleibt zu hause in der corona zeit nicht rausgehen nichts machen guckt einfach unsere videos am besten und ich wünsche euch erstmal viel spaß hier werden wir uns versuchen jetzt erstmal den ersten typen hier direkt mal ranzubauen er sieht ein bisschen profihaftig aus er hat den bedlineshop erstmal leer gekauft oh gott das war gerade schon profihaftig gucken vielleicht bekommen wir den ja gleich mal er macht sich schon bereit so naja made 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 oh oh jetzt kommt er jetzt kommt er jetzt kommt er jetzt müssen wir uns ein bisschen beilen hier zick zack wupp wupp schwupps da da schnell sortieren aber ich hab ein bisschen sehr langsam geschoppt diesmal oh ja bro bro entspann nicht entspann nicht hallo ich muss jetzt hier nicht wie stecken ja klein hier nein okay gut jetzt komme dafür regelt natürlich wieder anders hat er spielt mit schwert aber ich habe ihn trotzdem weil ich einfach eine legende sind der kleine ehrenlose hier so machen wir uns mal schnell hier equip equip und pushen ihn mal schnell so hoch 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 so da sind wir am weg jetzt komm 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 er hat sogar er spielt mit er spielt er spielt anders ok er spielt anders ekelhaft soja dann sind wir hier in der runde ok mal eine komplett andere map die habe ich noch gar nicht gespielt tatsächlich wirklich nach links die nur spiel das muss ich jetzt er ist We fought so hard, we dragged us down, and basically watched how we had you, and even though I know you're not the one. Ich habe ein Glück, kriege ich nämlich jetzt einen Freebit. Das tut man nicht alles für die Stats. Ah ok, das Bett existiert gar nicht. Das finde ich natürlich ganz ganz cool. Gut, dann gehen wir einfach mal hier lang. Team Blau. Oh Gott. Oh, Team Blau wurde da schon direkt geholt. Das ist natürlich nicht so cool, weil ich das eigentlich machen wollte. Ich bin auch ein bisschen peinlich, wenn man beim Fullsneak runterfällt. Das ist mir noch nie passiert. Aber wie ihr in der ersten Runde gesehen habt, bin ich ja eh im Fast Bridging besser. Da rennt er auch schon wieder zurück. Junge, Junge, Junge. Ah, ist nur sie. Okay. Okay, gut zu wissen, dass Blau und Gelb teamen. Oder... Ah ne, das ist ein Spawn-Trap. Ja moin. Blau macht ihn anders ehrenlosen. Aber ich werde uns einfach das Bett geiern. Da kenn ich mich gar nicht. So, Main. Dich werde ich auch mal... Ja, bestimmt. Ich glaub's auch. Er kriegt auch keinen Knock. Ja, er fühlt's auch. Ja, er fühlt's auch. Ja, er fühlt's auch. Ach, da lang. Ja. Bestimmt. Ja. Oh mein Gott, bist du bad. Sorry, Leute, das war jetzt gerade einfach zu traurig. So, Gelb ausgelöscht. Ja, der Blaue, der wird mich jetzt repushen und tot holen. Weil der absolut rein... Ja, Mädels, guckt rein. Guckt einfach, wie er hackt. Ja, genau, Mädels und Jungs. Da, so kennt ihr auf jeden Fall Hacker. Der kriegt auch noch einen saftigen Report rein. Ja. Anti-Knock regelt heute. Ja. Boom, scharge Lager. Aber den Film drück ich... Ah, ja, moin. Grün kommt jetzt einfach voll Equip. Ja, mit. Mit. Ja, okay. Na gut. Ich hoffe trotzdem, euch hat die Runde gefallen. Liked. Kommentiert. Abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Ja. Auf Wiedersehen. Ciao. 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 Vielen Dank.